Du spielst in einem Orchester oder einer Band oder gerne auch mal mit einer Play-Along-Aufnahme zusammen, dann kennst du diese Frage. Wie kriege ich meinen Einsatz und wie bin ich perfekt mit den anderen zusammen? In diesem Video erfährst du, worauf es ankommt, um deinen Einsatz mit Leichtigkeit zu bekommen und dass das noch lange nicht ausreicht, um wirklich perfekt mit den anderen zusammen zu sein und ein intensives Musikerlebnis zu haben. Wenn man davon spricht, mit anderen zusammen zu sein, dann ist meist der Tonbeginn gemeint. Hör doch hin, du bist schon wieder zu spät. Diese Aufforderung, die ist sicher nicht hilfreich. Denn Hinhören alleine, das kann es nicht sein. Und selbst wenn, dann ist immer noch die Frage, worauf sollst du eigentlich hören? In dem Moment, wo du deine Mitspielerin oder Mitspieler wahrnimmst und hörst, ist es auch schon zu spät. Denn wenn du dann reagierst, dann hast du keine Chance mehr. Jetzt kommt schon der wichtigste Tipp für dich. Achte auf das Einatmen, nicht auf den Tonbeginn. Was meine ich damit? Das Saxophon ist ein Blasinstrument. Du musst also einatmen, um in das Instrument hineinblasen zu können. Um genau diese Einatmungszeit bist du zu spät, wenn du nur auf den Tonbeginn fixiert bist. Konzentriere dich auf den Zeitpunkt, wann du einatmen sollst. Idealerweise genau einen Schlag vor Tonbeginn. Wenn du den Moment des Einatmens genau zum richtigen Zeitpunkt erwischst, dann wirst du auf jeden Fall mit den anderen zum Klangbeginn zusammen sein. Warum ist das so? Das Einatmen ist eine Ausholbewegung für das Blasen. Genauso wie die Dirigentin oder der Schlagzeuger mit dem Stab oder dem Stick für den ersten Schlag ausholen. Du bist also schon in der Ausholbewegung mit den anderen zusammen. So gelingt dir dein Einsatz mit Leichtigkeit. Wenn du mit anderen Blasinstrumenten zusammenspielst, zum Beispiel in einem Saxophonquartett, dann kannst du deinen Einsatz auch anzeigen, indem du dein Saxophon bewegst. Das hilft allen noch einmal extrem, um den Klangbeginn vorauszuahnen. Diese Bewegung musst du extra trainieren, damit sie für alle klar und verständlich wird. Außerdem ist es eine rhythmische Bewegung, die muss in den musikalischen Puls und in das musikalische Tempo hineinpassen. Du kannst dir mit dieser Bewegung auch das Einzählen sparen, wie es zum Beispiel in einer Band üblich ist. Für Bläsergruppen ist Einzählen auch etwas unpraktisch, denn irgendwann musst du ja dein Saxophon-Mundstück in den Mund nehmen. Gestalte die Bewegung mit deinem Saxophon so einfach wie möglich. Beim Einatmen hebst du es an und zu Klangbeginn senkst du es wieder. Dann wirkt diese Bewegung ganz natürlich. Das Saxophon hebst du, indem du den rechten Arm aus der rechten Schulter heraus nach vorne schiebst. Dabei musst du auf deinen Ansatz achten, denn der muss stabil bleiben, auch wenn du das Saxophon bewegst. Deshalb knickst du mit der Armbewegung im Hals ein. Diese beiden Bewegungen müssen genau koordiniert sein, dann bleibt dein Ansatz stabil. Und das kannst du auch ohne Saxophon ausprobieren. Wie ahnst du nun deinen Einsatz mitten in einem Stück gerade nach einer langen Pause voraus? Dafür musst du unbedingt wissen, auf welche Instrumente du in deiner Pause hören wirst. Und gleichzeitig solltest du die Schläge der Dirigentin oder den Beat des Schlagzeugs mitzählen können. Das hübst du am besten mit einer Aufnahme, gerade auch mit einer Play-Along-Aufnahme. Höre dir nur den Abschnitt mit der Pause an. Achte genau darauf, was in dieser Pause passiert und welche Instrumente die Melodie haben. Beim nächsten Anhören zählst du mit und merkst dir genau den Zeitpunkt, wann zum Beispiel die Streicher einsetzen. So weißt du, wann du wieder dran bist. Bei deinem Einsatz musst du jedoch auch genau hinschauen. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Klavierpartnerin zusammenspiele, dann schaue ich ihr auch gerne mal aus den Augenwinkeln auf die Finger. Denn gerade bei langsamen und ruhigen Stücken hört man haargenau, ob der Einsatz der Klangbeginn zusammen oder auseinander ist. Wenn ich auf die Finger schaue, dann weiß ich ganz genau, wann ich einatmen und wann ich spielen muss. Im Saxophonquartett, da schaue ich eher auf die Bewegung der Saxophonbecher. Noch genauer höre ich aber auf das Einatmen meiner Spielpartner. Denn gerade wenn wir einen gemeinsamen Einsatz haben, da möchte ich mit ihnen auch gemeinsam einatmen. Den Einsatz vorauszuahnen, das bedeutet vorher hinzuhören und hinzuschauen. Ich konzentriere mich auf das Einatmen und zeige meinen Einsatz mit dem Saxophon an. Das bereite ich im eigenen Üben vor und in der Probe oder im Konzert gelingt mir das dann sicher und mit Leichtigkeit. Doch reicht das, um perfekt zusammen zu sein? Nein, eine der häufigsten Fehlerquellen, wenn du nach einer Pause zu früh oder zu spät weiterspielst, ist, dass du den vorangegangenen Ton zu früh oder zu spät beendet hast. Und das merkst du auch gar nicht, weil du die Pause in der richtigen Dauer ausgehalten hast. Doch wieso passiert das? Beobachte mal dich selbst. Du denkst beim Spielen an den nächsten Tonbeginn voraus. Und das ist ja super. Doch leider vergisst du den aktuellen Klang, den du gerade spielst, zum richtigen Zeitpunkt zu beenden. Dir muss eines klar sein. Das Ende eines Klanges ist für den Rhythmus genauso wichtig wie der Beginn. Tonbeginn und Tonende sind beides rhythmische Zeitpunkte. Und beide kannst du mit der Bewegung des Saxophons auch anzeigen. Und dann ist da noch die Wirkung auf die Zuhörer, wenn das Tonende unklar ist. Der Klang fusselt so aus, wenn alle Beteiligten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihren eigenen Ton beenden. Das ist, als ob du eine spannende Geschichte erzählst, aber leider die Pointe zum Schluss vergisst. Wir haben bis jetzt über die beiden Zeitpunkte des Tonbeginns und des Tonendes gesprochen. Da hast du auch schon einiges zu tun, diese wahrzunehmen und auch richtig umzusetzen. Das Erlebnis des Zusammenseins, das kann aber noch viel intensiver sein. Wenn du im Moment erste Erfahrungen im Orchester oder in einer Band sammelst, dann ist es gut zu wissen, wo die Reise jetzt noch hingehen kann. Wenn du jedoch in Level 2 schon einige Erfahrungen im Zusammenspiel hast, dann solltest du Folgendes auf jeden Fall beherrschen. Stelle dir ein Funkstück mit scharfen Akzenten vor. Der Einsatz ist perfekt, doch danach klingt es irgendwie diffus. Alle in der Bläser-Section spielen ihren richtigen Ton, daran kann es also nicht liegen. Doch ihr artikuliert ihn nicht gleich. Und dann klingt es einfach nicht zusammen. Jeder Klang hat drei Phasen. Tonbeginn, Tonverlauf und Tonende. Die meisten denken jedoch, dass es ausreichend zum Ton beginnt zusammen zu sein. Doch direkt danach beginnt der Tonverlauf. Und dann stellt sich die Frage zum Beispiel nach der Balance. Wie ausgeglichen ist der Klang? Es stellt sich die Frage nach der Artikulation. Wie interpretiert ihr diesen Tenuto-Strich? Wie spielt ihr das Staccato? Spitz oder federnd? Und wie scharf ist dieser Akzent? Schauen wir uns den Akzent einmal genauer an. Der Akzent bezieht sich immer auf den Tonbeginn. Das heißt, der Tonbeginn ist betont. Doch das heißt nicht, dass er extra laut sein muss. Die Betonung entsteht auch dadurch, dass direkt danach der Verlauf des Klanges, dass du da zurückgehst. Beziehungsweise, dass du den Klang entspannst. Die Betonung kann auch je nach Musikstück unterschiedlich sein. Dieses Akzentzeichen wird in einem Funkstück viel schärfer interpretiert als in einer ruhigen Ballade. Mit deinen Mitspielerinnen und Mitspielern musst du also zu Tonbeginn genau zusammen sein, aber dann den Verlauf des Klanges gemeinsam gestalten. Sonst klingt es einfach nicht zusammen. Und noch viel schlimmer, der Effekt dieser Betonung verpufft, Der Ausdruck ist unklar. Achte also darauf, wie sich der Klang in seinem Verlauf entwickelt. Das musst du mit deinen Mitspielerinnen und Mitspielern abstimmen. Wenn er nicht aufeinander achtet, dann kann das Zusammenspiel ganz harmonisch klingen, doch ohne verständlichen Ausdruck. Und mein Anliegen ist es, ausdrucksstark und lebendig Saxophon zu spielen. Und ich denke, das willst du auch. Für das perfekte Zusammenspiel sind also alle drei Phasen des Klanges wichtig. Der gemeinsame Beginn, der gemeinsame Verlauf und das gemeinsame Ende. Den gemeinsamen Einsatz schaffst du, wenn dir klar ist, wann du einatmen musst. Den Verlauf gestaltet ihr gemeinsam, wenn klar ist, welcher Ausdruck mit dem Klang gemeint ist. Und das gemeinsame Ende ist möglich, wenn klar ist, dass das Tonende auch ein rhythmischer Impuls ist. So erreichst du einen intensiven und innigen musikalischen Austausch mit deinen Spielpartnerinnen und Spielpartnern. Und das macht riesig Spaß. War für dich in dem Video Überraschendes und Neues dabei? Ich bin schon gespannt auf die Kommentare unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß beim gemeinsamen Musikerlebnis. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.